Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Bis 2011 war Ken Jebsen Radiomoderator beim RBB. Er wurde gefeuert, nachdem er wirre Theorien über das angebliche Geschäft mit dem Holocaust verbreitet hatte. Auf seinem YouTube-Kanal mit 475.000 Abonnenten verbreitet Jebsen Code-Verschwörungstheorien. Einer seiner liebsten Sündenböcke, Microsoft-Gründer Bill Gates. Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Gates' angebliches Ziel durch die Corona-Pandemie, so Jebsen, sei die Reduzierung der Weltbevölkerung, um die Menschheit mit Mikrochips zu versehen und digital zu versklaven. Das Bittere, so frei von Belegen die Videos von Ken Jebsen sein mögen, auf YouTube erreicht der Verschwörungstheoretiker damit Millionen Zuschauer. Auch der Skandalmusiker Xavier Naidoo glaubt, einer großen Verschwörung auf der Spur zu sein. Dass der Sänger rassistisches und antisemitisches Gedankengut verbreitet, ist bekannt. Jetzt geht Naidoo unter die Corona-Leugner, bezweifelt, dass es das Coronavirus gibt. Und wir müssen so machen, als gäbe es eine tödliche Pandemie. Sie bringen unsere Alten um. Naidoo behauptet, dass die deutsche Regierung ein Massensterben der Rentner plant. Seit langem verbreitet der ehemalige DSDS-Juror auf seinen Kanälen den geheimen Standort der versunkenen Stadt Atlantis und diverse absurde Theorien. Würde ich es richtig verstehen? In einem besonders bizarren Video freut sich Naidoo weinend über die geretteten Kinder. Die frei erfundene Theorie des Musikers ist, dass weltweit Kinder systematisch gefoltert werden, um in ihren Körpern ein Adrenalinabbauprodukt zu produzieren. Dieses soll Politiker wie Hillary Clinton und andere Satanisten verjüngern. Alles würde Lügen. Ein weiterer Vertreter von obskuren Theorien, der Buchautor und bekannte Vegankoch Attila Hildmann. Seiner Ansicht nach werde in Deutschland die Demokratie abgeschafft. Das Ende unserer scheindemokratischen Ordnung. Geheime, böse Kräfte wollen eine neue Weltordnung schaffen. Wie Jebsen glaubt auch Hildmann daran, dass Corona benutzt wird, um uns zu impfen und damit zu schippen. Auch bei Hildmann steckt hinter all dem Microsoft-Gründer Bill Gates. Was Hildmann gefährlich macht? Er empfiehlt seinen Fans einen bewaffneten Widerstand. In einem Post schreibt Hildmann, dass er bereit sei, für seine Sache Kopfschüsse zu kassieren, da zu viel auf dem Spiel stehe. Der Berliner verkündet, ab sofort im Untergrund leben zu wollen. Der Grund, angeblich versuchen man ihn zu ermorden.